Vielen lieben Dank, dass du meinen Kanal abonniert hast. Wenn du keine Videos mehr von mir verpassen willst, aktiviere gerne die Glocke. Glocke. Danke. Also diesen Text, den ich jetzt vorlese, hat eine künstliche Intelligenz erfunden. Du kannst ja gerne auch dazu schreiben, was deine Keywords waren, was du an Notizen dazu gefügt hast oder was du der künstlichen Intelligenz gesagt hast. Schauen wir mal, was die künstliche Intelligenz so drauf hat. Mika war ein junger Mann aus der realen Welt. Als er plötzlich von einem mächtigen Zauber in die mystische Welt von Benot entführt wurde. Er fand sich inmitten einer gefährlichen Welt voller Magie und Abenteuer. Er wusste sofort, dass er in dieser Welt überleben musste. Mike begann, sich in Benot zu leveln und Fähigkeiten aus seinen Lieblingsfantasiegeschichten zu erwerben. Er lernte, wie man Schwertkämpfe meistert und wie man mächtige Magie wirft. Er fand auch Ausrüstung, die ihm dabei half, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Dazu gehörten ein Helm mit der Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen, eine magische Rüstung, die ihn vor Angriffen schützte, und Stiefel, die ihm übernatürliche Geschwindigkeit verliehen. Mika lernte auch verschiedene Arten von Magie zu beherrschen, darunter Feuermagie, Eismagie, Blitzmagie und Heilmagie. Er trainierte hart, um seine Fähigkeiten zu perfektionieren, und wurde schließlich zu einem mächtigen Krieger. Nachdem Mika stark genug geworden war, beschloss er gegen den bösen Imperator Velvik und seine Armee, in den Kampf zu ziehen. Die Spannung stieg, als Mika und Velvik aufeinander trafen und einen epischen Kampf begannen. Mika setzte alle seine Fähigkeiten und Magie ein, um Velvik zu besiegen und die Freiheit, für Beno zu erkämpfen. Doch gerade als Mika dachte, dass er gewinnen würde, geschah eine unerwartete Wendung. Okay, Cliffhanger. Cliffhanger. Rico, der Durchgeknallte, vielen lieben Dank für dein Follow und danke, Aschelorke, dass du mir gefolgt bist. Ich danke dir. Merci beaucoup. Velvik enthüllte, dass er über eine mächtige Waffe verfügte, die ihm unbesiegbar zu machen schien. Mika war verzweifelt und wusste, dass er alles in seiner Macht Stehende tun musste, um Velvik zu besiegen. Er konzentrierte sich und rief alle seine verbliebenen Kräfte zusammen, um einen finalen Schlag gegen den Imperator zu führen. Er sprang in die Luft und schwang sein leuchtendes Schwert Blitzklinge mit aller Kraft. Velvik parierte mit seiner mächtigen Waffe, aber Mika war entschlossen, sich durchzusetzen. Er schrie laut, Mie, Mie, Mie. Schon interessant, wo man so landet, wenn man den Raids folgt. Schön, dass du hier gelandet bist. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Er schrie laut auf, als er sein Schwert auf Velvik niedersausen ließ. Und in diesem Moment geschah etwas Unglaubliches. Seid ihr auch so ein Mensch, der erst, wenn Weihnachten vorbei ist, in Weihnachtsstimmung kommt? Die Magie, die in Mika und seiner Ausrüstung gebunden war, explodierte in einem grellen Lichtblitz und überwältigte Velvik. Der Imperator stürzte zu Boden und Mika stand triumphierend über ihm. Er hatte den bösen Herrscher von Benoth besiegt und die Freiheit für sein Volk erkämpft. Mika genoss sein Ruhm und die Anerkennung, die ihm von den Bürgern von Benoth entgegengebracht wurde. Er wurde zum König von Benoth gekrönt und regierte über das ganze Land mit Gerechtigkeit und Weisheit. Er führte viele Reformen ein, die das Leben der Bürger verbesserten und dafür sorgten, dass Benoth zu einem glücklichen und prosperierenden Land wurde. Mika war stolz auf das, was er erreicht hatte und wusste, dass er alles erreichen konnte, was er sich vornahm, solange er hart arbeitete und an sich glaubte. Er lebte glücklich und zufrieden in Benoth und wurde von seinem Volk geliebt und verehrt. Doch obwohl Mika nun König war und sein Leben mit allem, was er sich wünschte, gesegnet war, vermisste er manchmal die Abenteuer, die er in seiner Zeit als Held erlebt hatte. Er erinnerte sich an die Kämpfe und Herausforderungen, die er bestanden hat und wusste, dass er immer ein Teil von Benoth bleiben würde, solange er seine Fähigkeiten, um das Gute zu verteidigen. Ja, das war eine Geschichte von einer KI generiert und hier ist der Text, den du der KI gegeben hast. Schreibe eine Geschichte mit diesen Informationen. Held Mika, Imperator Vektor, Gildenleiter Manamas, König Anthos, Dämonengeneral Luzifer, General des Königs Inora. Länder, Land Timar gehört zu den Menschen mit Mika, Manamas, Anthos und Inora. Land Beron gehört zu den Dämonen mit Vektor und Luzifer. Rassen, Mensch, Dämonen. Alle Rassen haben Attribute. HP, Mana, Ausdauer, Stärke, Geschicklichkeit, Wendigkeit, Wissen, Glück. Alle Rassen können Magie wirken. Magie, die gewirkt wird, kann man auch Zauber nennen. Jede Rüstung kann einzigartige Eigenschaften besitzen. Alle Rassen können Waffen, Schwert, Schild, Speer, Bogen, Armbrust, Deutsch, Zauberstab, finden und anlegen. Alle Waffen haben das Attribut Verteidigung und können die Attribute des Trägers steigern. Jede Waffe kann einzigartige Eigenschaften besitzen. Alle Rüstungen und Waffen haben einzigartige Namen. Wenn Magie gewirkt wird, verbraucht es Mana. Das hört sich einfach an, als hättest du die Beschreibung von WoW da reingeschickt. Wie soll die Geschichte aufgebaut werden? Erstens, Held wird in einer fremden Fantasiewelt beschworen. Zweitens, Held erhält vom König die Aufgabe, den Imperator zu stürzen. Drittens, Held geht auf Reisen, um stärker zu werden, zu trainieren, Ausrüstung zu finden, Zauber und Fähigkeiten zu erlernen. Viertens, Held findet eine Gilde mit dem Gildenmeister. Fünftens, Held findet Kameraden, die ihn beim Kampf unterstützen. Sechstens, Held und seine Kameraden erleben Ausdauer. Siebtens, Held und Kameraden machen sich auf den Weg nach Beron. Achtens, Held und Kameraden planen, wie sie den Imperator stürzen. Neuntens, Kameraden kämpfen gegen den Dämonengeneral. Zehntens, Held kämpft gegen den Imperator. Elftens, Held gewinnt in einem sehr schweren Kampf gegen den Imperator. Lasst den Helden zufällig viele Rüstungen finden. Jede Rüstung hat ihren eigenen Namen. Lass den Helden zufällig viele Zauber erlernen. Jeder Zauber hat seinen eigenen Namen. Lass ihn zufällig viele Fähigkeiten und Kameraden in der Gilde lernen. Jede Fähigkeit hat seinen eigenen Namen. Gebe diesen Kameraden auch einen eigenen Namen. Beschreibe die Kämpfe im Detail mit Verwendung von Zauberfähigkeiten, wie auch einzigartige Eigenschaften der Rüsten oder Waffe. Kämpfe können auch zufällig viele Wendungen haben. Am Ende gewinnt aber immer der Held. Lass die Geschichte spannend werden. Beschreibe, während der Held unterwegs ist, die Umgebung im Detail, wie zum Beispiel eine Stadt mit vielen hohen Gebäuden in der Mitte. Eine flache Landschaft oder Gebirge. Die Umgebung soll zufällig generiert werden. Alter, wow. Also du bist auf jeden Fall sehr kreativ. Was die AI daraus gemacht hat, ist ja absoluter Schrott. Mischung aus Naruto, Star Wars und WoW. Chat AI, künstliche Intelligenz, interessant, aber auch sehr weird. Ehrlich gesagt, habe ich das mal in meiner Pause geschrieben. Also ich glaube, dass das eine sehr coole Geschichte werden könnte, wenn du sie schreibst. Aber wenn du ChatGPT sagst, dass er das schreiben soll, Also sehr viel Potenzial in dieser Story mit sehr coolen Details. Auch wenn es ein bisschen einfach klingt, als hättest du WoW erklärt. Aber interessant auf jeden Fall zu sehen, was dabei rauskommt, wenn man der künstlichen Intelligenz mitteilt, so eine Geschichte zu schreiben. Wenn ihr noch Geschichten habt, die ich im Stream vorlesen soll, dann geht auf meinen DC-Server und teilt sie gerne mal einfach so. In der Kategorie Texte. Die KI hat dir einen Love Song geschrieben. Nice. Und ist er gut? Machst du hier viel mit Texten? Bist du textal veranlagt? Also ich schreibe auch selber, aber mein Hauptthema ist hier vorzulesen. Schreibt einfach mal Wörter in den Chat. Und dann gebe ich das der KI weiter. Döner, Twitch. Das machen wir nochmal irgendwann, wenn ihr Bock habt. Dann könnt ihr das einfach auf DC reinschreiben. Dann kann ich das einfach kopieren. Kannst du mir eine witzige Romanze schreiben, in dem folgende Worte vorkommen? Couchgemüse, Liebe, Eismagie, Eiswanderer, Döner, Twitch, Equilibrium, Pinguin, Popcorn, Salsa, Taco, Zeitreise, Küssen und Käsekuchen, Morgenrot, Badezauber, Füße, Käse, Katie Peters, Katie, Tugend, Wald, Wine Time, Cocktails, Badezuber. Danke fürs Folgen, Döner ohne Soße. Oh mein Gott, Döner ohne Soße, Junge. Was ist denn mit dir? Junge. Warum? Okay, okay, jetzt schreibt sie einen Text. Oder sie ist komplett verwirrt. Oh, sie fängt an, oh, sie fängt an mit dem Textgeschreiber. Jetzt geht's hier aber los, Leute. Hast du früher nicht auf einer anderen Plattform vorgelesen? Ja, ich hab immer auf TikTok vorgelesen. Das war doch jetzt auch nicht so schwer, Mensch, Kind. Jetzt hab ich die KI so überfordert, dass sie nichtmals mehr funktioniert. Ey, es wurde grad so spannend. Mensch. Wie überfordert man eine KI? Man nehme Twitch, eine Streamerin und Zuschauer. Also, wenn ich der KI Folgendes sage, kannst du mir eine witzige Romanze schreiben? Dann schreibt KI das. Gerne. Hier ist eine witzige Romanze. Es war einmal ein junger Mann namens Max, der verrückt nach Bananen war. Eines Tages traf er auf eine wunderschöne junge Frau namens Mia, die eine Leidenschaft für Ananas hatte. Sie trafen sich zufällig in einem Obstladen und es war Liebe auf den ersten Blick. Sie begannen sich regelmäßig zu treffen und jedes Mal, wenn sie zusammen waren, diskutierten sie über ihre Lieblingsfrüchte. Max versuchte Mia davon überzeugen, dass die Bananen die besten Früchte auf der ganzen Welt waren, während Mia ihm erklärte, warum Ananas die Königin der Frucht war. Eines Tages beschlossen sie, ihre Differenzen beizulegen und beschlossen, zusammen einen Obstkorb zu kaufen, der sowohl Bananen als auch Ananas enthielt. Sie fanden heraus, dass sie tatsächlich beide Früchte liebten und beschlossen, ihre Beziehung auf die nächste Stufe zu bringen. Sie heirateten in einer Zeremonie, die voller Bananen und Ananas war und lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. War das nicht eine wunderschöne Romanze? Also wenn man da nicht irgendwie einen Hollywood-Blockbuster draus machen kann, dann weiß ich auch nicht. Man erwartet Gold und bekommt einen Holzzweig. Ja, also ich meine, besser ein Holzzweig als gar nichts, oder? Aber wo wir gerade beim Thema Ananas sind, ne? Wir sind ja ehrlich zueinander, nicht wahr? Und wir erzählen uns ja auch alles hier, oder? Also, Freunde, Ananas auf Pizza, ja oder nein? Das war auf jeden Fall die Geschichte. Okay. KI, schreib eine Geschichte. Kannst du folgende Wörter in die Geschichte mit einbinden? Couchgemüse, Liebe, Eismagie, Eiswanderer, Döner, Twitch, Ikli. Äquilibrium, Pinguin, Popcorn, Salsa, Taco, Zeitreise, Küssen und Käsekuchen. Es war einmal ein junger Eiswanderer namens Elsa, der auf der Suche nach Liebe durch die Welt reiste. Eines Tages beschloss er, einen kleinen Abstecher in die Welt der Zeitreisen zu machen. Sie. Der Eiswanderer ist auf einmal eine Sie. Eines Tages beschloss sie, einen kleinen Abstecher in die Welt der Zeitreisen zu machen. Sie wollte herausfinden, ob es in der Vergangenheit oder der Zukunft jemanden gab, mit dem sie ihr Leben teilen konnte. Hä, wenn es doch in der Vergangenheit jemanden gab, müsste sie das doch wissen. Also, sie war ja dabei. Ne, also, ist ja deine Vergangenheit, Mensch. Also, wenn du das nicht weißt, dann hast du da geschlafen, oder was? Hast du wieder im Unterricht nicht aufgepasst, Elsa? Och, Elsa. Hier immer zu viel Let it go gesungen, nicht? Ja, bisschen weniger singen, Elsa mehr aufpassen in der Schule. Als sie durch die Zeit sprang, landete sie in einer Welt voller Magie. Eine Welt, in der es Eismagie gab, mit der man alles tun konnte, was man sich nur vorstellen konnte. Elsa war begeistert und beschloss, ihre Fähigkeiten zu nutzen, um ihre Suche nach Liebe zu unterstützen. Wenn ihr bei Bibi Blocksberg aufgepasst hättet, wüsstet ihr, dass das hier absolutes Hexenverbot ist. Man darf nämlich weder Geld hexen, noch was die Liebe angeht. Also, nicht nachmachen, Kinder. Sie schuf eine magische Couch-Gemüse-Pflanze, die ihr dabei half, die perfekte Person zu finden. Mit ihrer Hilfe entdeckte Elsa einen Pinguin namens Hans, der genau der Richtige für sie war. Elsa und Hans sind beides Charakter von Frozen. Also, wenn das nicht geklaut ist, ja. Sie verbrachten viele glückliche Tage zusammen. Aßen Tacos, Pop... Popcorn. Aßen Tacos, Popcorn, Salzer und Döner. Und Elsa lehrte Hans sogar, Twitch zu spielen. Twitch ist ja auch ein Spiel, das man spielen kann. Doch ihre Liebe wurde auf die Probe gestellt, als sie entdeckten, dass ihre Welt aus dem Gleichgewicht geraten war. Sie mussten sich zusammen auf eine gefährliche Reise begeben, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Am Ende ihrer Reise, nachdem sie ihre Aufgabe erfolgreich erfüllt hatten, feierten sie ihren Sieg mit einem leckeren Käsekuchen und einem romantischen Kuss. Elsa und Hans lebten fortan glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Dank der Magie der Liebe und der Eismagie. Also erstens ist Hans doch der Boyfriend von der Schwester von Elsa, also das geht gar nicht. Und die Magie der Liebe, was? Was? Also diese Geschichte finde ich nicht nett, aber es gab Döner. Und das wiederum ist irgendwie schön. Kannst du folgende Wörter in die Geschichte mit einbinden? Es war einmal eine junge Frau namens Katie Peters. Das bin ich, Leute! Hallo! Die in einer Welt voller Tugenden lebte. Sie war immer auf der Suche nach Abenteuern und neuen Erfahrungen. Eines Tages beschloss sie in den Wald zu gehen, um dem Morgenrot, um dem Morgenrot entgegen zu blicken und ihre Gedanken zu sammeln. Während sie durch den Wald wanderte, entdeckte sie einen geheimen Ort, an dem es Badezauber gab. Das Badezauber verwandelte den Wald in eine Welt voller Wunder und Magie. Katie war begeistert und beschloss, ein Bad im Badezuber zu nehmen. Während sie im Badezuber lag, fühlte sie sich plötzlich von einer magischen Kraft angezogen. Es war die Kraft der LGBTQ-Community. Katie erkannte, dass sie ein Teil dieser Community war und beschloss, ihre Tugenden zu nutzen, um die Welt ein bisschen bunter zu machen. Sie organisierte eine Wald... Sie organisierte eine Wald... Sie organisierte eine Party im Wald mit Wine-Time-Cocktails und lud alle ein, die sich von der LGBTQ-Plus-Community angezogen fühlten. Es war eine Nacht voller Freude, Musik und Tanzen, bei der alle ihre Füße in den Badezuber tauchten und die Magie des Morgenrotes genossen. Von diesem Tag an lebte Katie ihr Leben in vollen Zügen und setzte sich für die Rechte und die Anerkennung der LGBTQ-Plus-Community ein. Sie erkannte, dass die Tugenden der Liebe und der Akzeptanz die wichtigsten im ganzen Leben sind. Das ist fast wie meine Lifetime-Story. Die Geschichte hat mir jetzt gefallen. Ich konnte mich damit richtig identifizieren. Ich mache nämlich bald wirklich eine Party am 11. März. Ihr seid alle eingeladen. In Essen. Ja. Das ist ein Ort in Nordrhein-Westfalen. Da mache ich nämlich eine Party und alle... Aber es gibt keine Wine-Time-Cocktails. Es tut mir leid. Aber alle, die sich angezogen fühlen, können sich gerne ausziehen. Nee, aber die können gerne vorbeikommen, wenn ihr wollt. Die AI hat eine Geschichte geschrieben und dann habe ich ja dann gesagt, fügt noch das und das hinzu. Das heißt, es ist die Geschichte von der Geschichte und dadurch... Also die KI lernt ja auch immer und hat sich vielleicht dadurch jetzt direkt verbessert. I don't know. Ich kenne mich damit nicht aus. Ach so, wo wir gerade beim Thema Bots sind. Ich habe ja angeblich 20.000 Follower auf Twitch. Aber das ist halt alles nur von Bot-Attacken. Also ich habe wahrscheinlich an echten Followern vielleicht 7.000. Falls sich da jemand auskennt, wie man die Bots rauslöscht, sagt gerne Bescheid. Weil ich habe zwar den Seribot hier oder Seribot oder Seribot oder wie der auch heißt. Und ich weiß auch, dass es diesen Commander Root geht. Gibt aber das letzte Mal, als ich den genutzt habe, hat er leider auch echte Menschen gelöscht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich so um die 50 Zuschauer im Stream. 30 bis 50. Und nachdem ich Commander Root benutzt hatte, habe ich leider anscheinend auch Zuschauer-Bots, also Menschen gelöscht, die keine Bots waren. Und das war blöd. KI kannst du folgende Wörter in die Geschichte einfügen. Katie, Katie Peters, Feuer, Ehre, Loyalität, mit Haaren oder Boots, Wald, frohlockend. Es war einmal eine junge Frau namens Katie Peters, die in einer Welt voller Ehre und Loyalität lebte. Sie war eine mutige und tapfere Person, die immer bereit war, für das, an was sie glaubte, einzustehen. Eines Tages beschloss sie, in den Wald zu gehen, um ihre Gedanken zu sammeln und ihre Seele zu erforschen. Während sie durch den Wald wanderte, entdeckte sie plötzlich ein Feuer, das auf einer Lichtung brannte. Sie näherte sich vorsichtig und erkannte, dass das Feuer von einer Gruppe von Menschen entfacht worden war, die ihr unbekannt waren. Katie beschloss ihnen zu helfen, das Feuer zu löschen und sich ihnen vorzustellen. Die Fremden erklärten ihr, dass sie auf der Suche nach einer Person waren, die die Eigenschaft von Ehre und Loyalität besaß, um ihnen als Anführerin zu dienen. Katie erkannte, dass sie die Auserwählte war und nahm die Herausforderung an. Sie führte die Gruppe in den Wald, wo sie ihnen beibrachte, wie man mit ihren Händen und Boots Feuer machen und es kontrollieren könnte. Sie lehrte sie auch, wie man in der Wildnis überlebt und Respekt vor der Natur hat. Die Gruppe folgte ihr frohlockend und erfuhr viele Abenteuer mit ihr. Katie wurde zur Anführerin der Gruppe und führte sie mit Ehre und Loyalität. Sie lebte ihr Leben nach ihren eigenen Regeln und inspirierte andere, dasselbe zu tun. Sie erkannte, dass das Wichtigste im Leben die Freiheit ist, du selbst zu sein und für das zu kämpfen, an das du glaubst. Damn! Krass, cool! Also das wird immer besser hier, die KI, würde ich mal so ganz dreist sagen. Gute Nacht, meine süßen Treuen vom Welpenparadies. Schlaft gut, passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao!